In Dinger 1, Dara Blonky, am anderen Polen Top! Wir sind da jetzt im Zug Sandy? Ich? Wir sind jetzt in Polen und da ist irgendwie alles überschwemmt Was? Seht ihr das? Nein, da ist nicht mehr so viel früher, waren die Häuser. Seht ihr Bild auf der Homepage? www.weflyhighpeachteam.de Juhu! Ja, da sind die Bilder Zwei ist alles Top! Ich mag Zug fahren, da wird mir schlecht Wie geht's dir beim Zug fahren? Ja, gut Passt, gell? Ja, ich sitz gegen die Fahrtrichtung Ich halte es auch, aber ich halte es auch aus Ich halte es auch aus Ah! Der opfert sich seinem Part natürlich das Top